Im folgenden Beispiel möchte der Client die TCP-Verbindung zum Server abbauen, weil er keine Daten mehr an den Server senden will. Dazu sendet er ein FIN-Segment mit der entsprechenden Sequence-Number und geht damit in den FIN-Wait-1-Zustand. Im TCP-Header sind neben der Sequence-Number auch der Source-Port und der Destination-Port angegeben. Das FIN-Flag ist gesetzt. Zusätzlich wird die Bindow-Größe angegeben. Der Server erhält das FIN-Segment und geht in den Close-Wait-Zustand. Der Server bestätigt das FIN-Segment mit einem ACK-Segment, dessen Sequence-Number um 1 höher ist als das des empfangenen FIN-Segmentes. Im TCP-Header sind die Sequence-Number, der Source-Port, der Destination-Port und die Bindow-Größe angegeben. Das ACK-Flag ist gesetzt. Der Client empfängt das ACK-Segment und geht in den FIN-Wait-2-Zustand über. Wenn der Server alle noch anstehenden Daten übermittelt hat, sendet auch er ein FIN-Segment mit einer entsprechenden Sequence-Number, die im TCP-Header angegeben ist. Das FIN-Flag ist gesetzt. Zusätzlich wird die Bindow-Größe angegeben. Hat der Client das FIN-Segment erhalten, nimmt er den Time-Wait-Zustand an. Zum Schluss bestätigt der Client das FIN-Segment des Servers mit einem ACK-Segment, dessen Sequence-Number um 1 höher ist als das des empfangenen FIN-Segmentes. Die Angaben zur Sequence-Number, zum Source-Port, zum Destination-Port und zur Window-Größe befinden sich im TCP-Header. Das ACK-Flag ist gesetzt. Der Server, der das ACK-Segment erhält, geht in den Close-Zustand. Damit ist die TCP-Verbindung abgebaut. Der Server kann jetzt seinen Socket freigeben. Nach Ablauf des Time-Wait-Zustandes wird auch der Socket beim Client freigegeben.